Zu euren Diensten. Zu Befehl. Schön. Alles klar. Zu Befehl. Wir sind der Tod. Silbern glitzert der Tod. Endlich. Gebt euren Befehl. Silbern glitzert der Tod. Vorwärts Krieger. Norr, lassen wir sie nicht warten. Die Schlacht ist nahe. Jedenfalls keine ernsthaften Verluste. Wir haben eine Fledermaus verloren. So. Für die Macht Norr, für die Ehre. Für die Ehre. Silbern glitzert der Tod. Vorwärts Krieger. So, die beiden Mumien. Die Mumien sind eigentlich die zu der Stimme. Lassen wir sie nicht warten. Ja, ja, ja. Oh, die kommen gar nicht raus. Für die Macht Norr. Ruhm und Ehre. Lassen wir sie nicht warten. Lassen wir sie nicht warten. Bin wohl zu schnell weggerannt. Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Lassen wir sie nicht warten. Silbern glitzert der Tod. Eure Gegenwehr ist vergebens. Norr wird uns rächen. Hey, halt doch still. Gut, gut. Jetzt kriegen wir sogar schon wieder Skelette. Norr, lassen wir sie nicht warten. Lasst uns kämpfen. Silbern glitzert der Tod. Endlich. Die Mumien, die sterben zum Glückwunsch. Vorwärts Krieger. Die Schwarze warten hier recht schnell. Lassen wir sie nicht warten. Silbern glitzert der Tod. Norr wird uns rächen. Oh, Gift. Vorwärts Krieger. Die Schlacht ist nahe. Lassen wir sie nicht warten. Die Linien dürfen nicht brechen. Die Linien dürfen nicht brechen. Der Tod ist nur der Anfang. Norr wird uns rächen. Die Rune befiehlt. Unverzüglich. Zu Befehl. Gleich werden meine ganzen Nekromanden wieder auferstehen. Zu euren Diensten. Hoffe ich jedenfalls mal. Zu euren Diensten. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Lassen wir uns kämpfen. Ein ehrloser Hinterhalt. Silbern glitzert der Tod. Die Linien dürfen nicht brechen. Ja, und sie sterben auf die Wikio hoch. Ein feiger Angriff. Auf mein Kommando. Für die Rune. Eure Gegenwehr ist vergebens. Verstärkt die Deckung. Achtung. Zurück mit euch. Ein ehrloser Hinterhalt. Vorsicht. Ein feiger Angriff. Geht euren Befehl. Lasst uns kämpfen. Lasst uns kämpfen. Norr wird uns rächen. Die Linien dürfen nicht brechen. Die Rune ruft. Für die Macht. Vorwärtskrieger. Dann versuchen wir jetzt mal ein Fontal an. Lassen wir sie nicht warten. Norr wird uns rächen. Für die Ehre. Für die Macht Norr. Norr wird uns rächen. Eure Gegenwehr ist vergebens. Klingeln. So. Das Genet hat der Rache ausschalten. Ein feiger Angriff. Ja. Ja. Vorwärts. Und müde. So und dann. Ja. Gehen wir zum Angriff über. Stod und Verfleisch. Kämpft. Um alles kaputt machen. Ein ehrloser Hinterhalt. Komm zu uns. Kämpft. Die Linien dürfen nicht brechen. Um alles kaputt machen. So. Irgendwie scheint es jetzt zu laufen. Ein ehrloser Hinterhalt. Euer Blut wird in Boden drängen. Norr wird uns rächen. Der Bosaikmarkier da oben ist der einzige, der noch lebt. Ein feiger Angriff. Ja. Hat dann so nicht ganz geklappt nach Plan. Aber es hat wenigstens geklappt. Norr wird uns rächen. Was wünscht die Rune? Verstanden. So. Ich sammle mal ein. Oh. Zauber. Zauber. Ja. Gut. Das war das. Haben es also doch noch geschafft. Mit sehr, sehr vielen Goblins. Und Nekromanden. Gebt euren Befehl. Haben nicht mal eine Einheit verloren irgendwie. Also ja gut. Wir haben Hexenmeister verloren. Die sind so Spinnen geworden. So. Noch ein Skeletter der Rache. So. Und besseren Schild kriegen wir nicht. Ne bessere Rüstung leider auch nicht. Das Set möchte ich mal eine Weile behalten. Oh. Was ist mit Ringen? Ach. Ein Blutband. Gottes Träne ist nicht ganz so toll. Aber ein Blutband statt dem roten Glanz wäre nicht schlecht. Den roten Glanz kann ich niemandem geben. Okay. Das heißt, wir können jetzt ins Kolosseum gehen. Um die Pseudo-Quiz da aus dem Logbuch zu kriegen. Also aus dem Quiz-Log. Willkommen im Kolosseum. Ja. Zerbo ignorieren wir mal ganz kurz und gehen einmal außen rum. Neueröffnung kommt her und staunt. Ja, und manche Händler haben halt irgendwo, genau hier, die Teilsägen wäre bei dem Händler, der Helm. Du hast nur Ringe. Oh, aber teilweise schöne Ringe. Der da ist nicht schlecht. Der da ist noch besser. Ne. Da ist der da. Ja, der geht eigentlich auch. Ja, der ist nicht schlecht. Ja, ich will mir nur mal schnell die Händler angucken. Ob mal die es hier gibt. Vielleicht finde ich ja irgendeine schicke Waffe. Wobei die Waffe, die wir gerade führen, ja recht gut ist. Eine 17er Waffe haben wir halt leider nicht. Nur eine 18er Waffe dann. Den H7-Säbel. Ja. Bei dir bin ich jetzt sehr unbeeindruckt. Du hast mehr Magie. Sehr schön geordnet sogar. Ja, hier sind die Titanen. Seht her, neue Waren im Angebot. Die Händlerin da haben wir noch. Haben wir dann alle fünf. Es müssten fünfs sein. Eins. Zwei. Wir waren doch schon bei drei Händlern. Ah ja, hier ist einer. Da ist Zerbo. Da ist eine. Waren es doch nur vier Händler. Ich hätte schwören können, es wären fünf gewesen. Ja, du hast Waffen. Aber nichts Besonderes. Ja, du hast. Ja. Vielen Dank.